So, ein herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ja, ihr seht, ich habe keine Rüstung gerade an. Es ist so, dass ich, ich bin gestorben in einer vorigen Aufnahme, die aber auch wieder nichts war. Aber ich konnte die einfach nicht nehmen. Ich konnte die einfach nicht nehmen, weil die einfach nichts war. Die hingen dann die ganze Zeit. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Schau mal kurz mit Telefon. Mal die Not. Werbung am Anruf. Werbescheiße. So, jetzt nehmen wir erstmal das mit. Ja, das brauchen wir. Dann brauchen wir auch eine Rüstung. Nackt ausziehen. Dann nochmal Rüstung nachbauen. Das dahin, das dahin, das dahin und das dahin. Dann einmal die Hose. Das war die Höchstung. Ja, die Schuhe brauche ich nur so. So, ah ja. So, das ist die Rüstung. Dann haben wir jetzt mal noch eine neue Rüstung gebaut wieder. Die anderen sagen, sie sind noch in der Höhle irgendwo. Aber die dann auch sein soll. Ich weiß natürlich, wo die ist, aber da jetzt nochmal hingehen. Wird ich jetzt mal bezweifeln. Ähm. Genau, die Spitzhaken haben wir hier. Da haben wir die Spitzhaken. Dann nehmen wir hier Kohle. Bruchstein haben wir noch. Ja, Bruchstein haben wir hier. Fakten haben wir noch. Fakten noch. Shit. Wir haben keine einzige Fakten. Haben wir noch Holz irgendwo? So. Hm, halt auch Holz an, ne? So, die ganze Kohle ist weg. Lassen wir mal. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Höhle wieder rein. Ja, warum kam auch seit dem letzten Video kein Video? Ähm, ich hatte einfach kein WLAN oben. Also oben, sage ich jetzt schon mal. Ähm, in den Hinterzaten habe ich einfach kein... Falls ihr das letzte Video nicht angeschaut habt, schaut da bitte rein. Okay. Okay. Da ist auf jeden Fall was. So, was haben wir denn da getroppt? Tittenbeutel. Hä, was brauchen wir hier? Tittenbeutel? Haben wir da eine neue Rezeptur oder was? Okay. Wir müssen was essen kurz, ne? So. Deswegen haben wir auch die Rüstung an. So. Wir gehen aber jetzt hier entlang. Vielleicht haben wir nochmal Glück und holen uns noch die anderen Sachen. die Rüstungen sind dann noch da. Aber. Dann müssen wir in die Richtung laufen. Ich sehe gerade nichts. Gut. 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 Dann sieht man, das ist gestorben. Gut. Den gehen jetzt aber weg. Gut. 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 So, haben wir jetzt auch mal zugebaut, und doch, da unten sind sie noch, das sind glaube ich noch ein paar Sachen, oder? Könnte es sein, dass sie da unten sind. Ich muss da einmal, einmal da runter. Ah, da kann man da runter. Ah, perfekt. So. Ah, jetzt, come on. Ja, deswegen hat man kein WLAN-Anschluss, weil ich halt keinen WLAN-Anschluss habe, oben, sondern der kommt auch erst nächste Woche Dienstag, sollte er dann da sein. Ich hoffe, dann habe ich da noch keine Probleme mehr mit den ganzen Sachen hier. Okay, hier ist auch nichts mehr. Jetzt so einen Spinnen will ich jetzt einfach gerade nicht, weil ich vorhin einfach schon mal Aufnahmen habe, die nicht funktioniert hatte. mal kurz den Schwert weg sind. Mal kurz den Schwert weg sind. Mal kurz den Schwert weg sind. was? Für was brauche ich die Tinten? Könnte ich mir mal sagen, was ich dafür brauche für die Scheiße. Brauche ich die überhaupt? oder ist die unnötig und kannst vergraben so wir sind jetzt in der hülle schauen ob wir was finden könnten können und daran auch schon mal die sagen verschwunden das heißt wir haben mit auf das neues gebäude hier oder vermischen gehen ja wir suchen noch was suchen wir suchen eigentlich nach eisen auch da haben wir Gold da haben wir Gold da haben wir Gold 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 ja das müssen wir leider mit da sind zack gebrauen juhu ein Gold yeah so das ist jetzt die große wieder ich würde sagen da haben wir gesprungen okay da ist Lava haben wir hier irgendwas gefunden ein neues Ding da ist Kohle die Kohle brüchten wir eigentlich mal ich würde sagen dann bauen wir die noch ab und wir haben da noch eisen das ist sehr gut ich hoffe die funktioniert jetzt einfach mal ich hoffe sie funktioniert einfach und hört nicht bei 9 Minuten auf oder so und stoppt die ganze Zeit also ja mein WC war halt lang nicht benutzt deswegen hat es einfach ein bisschen kompletter die Klassikation gegeben jetzt damit geht es auch nicht weiteres nachgehen ihr könnt gerne mir mal Fragen stellen oder einfach Kommentare dazu schreiben mir wieder gefällt ähm ich werde es auch gleich wieder beenden also ich werde jetzt eigentlich so eine lange Folge machen draus weil ich da einfach keine Lust habe wir haben hier Lara also wir können hier nein und wir können hier für Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mach mal hier mal ein bisschen... Oh, hier haben wir Eisen. Also ich höre wieder Monster. Hier haben wir schön viel Eisen wieder. Das hört sich sehr schön an. Hört sich mir was Gutes an. Ja, 15 Minuten. Ja, es dauert halt ein bisschen, bis es halt wieder... Okay, da unten drunter ist Lava. Oh, richtig viel Lava. Und See. Ja, im See haben wir schon gesehen. Oder im Fluss. Da ist er nämlich schon. Okay. Das heißt, wir könnten hier mal noch... Oh, da haben wir Lapis. Ja, Lapis ist es. Da haben wir das hier. Okay. Das heißt, wir können hier mal ein bisschen... uns austoben beim nächsten Mal. Das heißt, wir machen hier einfach eine Dreierflacke hin. Der Eingang ist am besten. Wenn wir den Eingang hier finden werden... Genau. Dreier... Fackel. Dann wissen wir es. Da kommen wir... Wir kommen von hier. Das heißt, wir machen hier auch noch eine Fackel hin. Da machen wir eine Fackel hin. Eine Zweierfackel. Da haben wir mal eine Dreierfackel hin. Können wir hier irgendwie durch? Nee, gell? Nee, da können wir nicht durch. Ja, gut. Haben wir doch was noch erstattet. Freulicherweise. Was ihr gar nicht gemerkt habt oder gesehen habt, ich habe auch noch gefarmt. den vorigen Aufnahmen, die halt nicht funktioniert haben dann. Oder nicht mehr gebrauchtbar waren. Und den habe ich halt... Nee, da wollen wir jetzt nicht hingehen. Da müssen wir wieder hin. Und zwar hier hoch. Ja, wir werden schon was wieder finden. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja alles Fakke-Fakke ausgeleuchtet. Oh, wir haben Gold noch. Warte mal. Gold will man halt nur mit der Eisenspitzhacke. Wenn wir zum Beispiel Goldäpfel machen oder so. Oder Goldschwert mal machen. Goldrüstung. Was ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, dass sie unnötig ist. Aber... Können wir alles machen. Yay, da waren wir alles schon hin. Alter Schwede. Okay, hier ist auch noch Eisen. Das holen wir dann mal später uns ab. Jetzt müssen wir aber erstmal raus. Da ist auch noch Eisen gesehen. So. Jetzt müssen wir mal wieder raus. Aus der ganzen Scheiße hier. Nicht aus der Scheiße, aber... Aus dem... Entschuldigung, müssen wir hier mal rauskommen. Wir müssen einfach nur weiter hochlaufen. Ich weiß, es ist für euch jetzt ein bisschen verwirrend, wo wir sind, aber... Ihr werdet jetzt gleich wieder sehen, dass wir gleich draußen sind. Oder auch nicht. Sind wir doch nicht gleich draußen? Hm... Doch, doch, wir sind draußen. Ich wusste das, dass wir hier einen Eingang haben. Oder einen Ausgang, besser gesagt. Juhu! Da sind wir wieder zurück. Und das machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Sollen wir dann mal das schön uns zusammenschmieden. Beziehungsweise schmelzen. Und ja. Ich hoffe, die Folge passt soweit. Also funktioniert auch jetzt reibungslos. 20 Minuten. Ist eine gute Zeit für den Anfang mal wieder. Um wieder reinzukommen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Und wenn ihr euch gefällt, dann lasst ein Daumen da. Und aktiviert noch die Glocke. Nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann schreibt mal in die Kommentare, wie das euch jetzt wieder gefällt hat. Ob ihr mal wieder Lust habt auf Let's Plays. Ich hab auch wieder mega Bock. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ob es ein Let's Play ist oder ob es ein anderes Video ist. Werd ihr erfahren. Und dann sehen wir uns bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao!